KI-Sprachwerkzeuge versprechen große Erleichterungen beim wissenschaftlichen Arbeiten. Man könnte sich deswegen jetzt die Frage stellen, warum wir eigentlich überhaupt noch wissenschaftliche Texte, zum Beispiel Abschlussarbeiten, selbst schreiben sollen, wenn KI-Tools doch sowieso vermeintlich alles einfach per Mausklick erledigen können. In diesem Modul geht es jetzt darum, wie KI-Tools beim wissenschaftlichen Arbeiten sinnvoll und vor allem auch verantwortungsbewusst und damit reflektiert als Hilfsmittel eingesetzt werden können, um besser und leichter zu schreiben. Im Fokus des Moduls steht die Frage nach einem verantwortungsbewussten Umgang mit den KI-Sprachwerkzeugen. Wir werden sehen, wie wir die Tools nutzen können, trotzdem aber selber AutorInnen unserer Arbeit bleiben und damit die Anforderungen an eigenständiges Arbeiten im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis erfüllen.